Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch mal eben zeigen, wie einfach es ist, euer Handy Wireless, sprich kabellos, mit AppConnect zu verbinden. Schaut mal bei euch auf den Radiogeräten, Navigationsgeräten von VW, Seat Schooler nach, ob ihr auch den Reiter App habt. App heißt, ihr könnt das Android-Gerät oder euer iPhone mit diesem Gerät koppeln. In dem Moment ist das Radionavigationsgerät bei Android Auto und bei Apple CarPlay nur noch eine Fernbedienung für euer Handy. Ihr habt dann die Möglichkeit, euch einige freigegebene Apps von Android Auto hier freigeben zu lassen. Ich nutze hier ein Samsung Galaxy S10 Plus. Wie einfach die Koppelung ist, das möchte ich euch in diesem Video mal zeigen. Ich werde dafür meinen Rekorder, meinen Bildschirm hier aufnehmen. Das erste, was wir machen müssen, Radio einschalten. Logisch. Dann müssen wir hergehen, in wir, mal gucken, ob wir hier den Screen aufnehmen, damit ihr das auch alles seht. Dann müssen wir hergehen. Gehen hier in den Bereich App. Da drücken wir mal drauf. Und wenn das bei euch steht, habt ihr diese Funktion schon gekauft, wenn ihr die damals beim Kauf nicht mitbestellt habt. Dann steht da jetzt, wenden Sie sich an Ihren Volkswagen Seat oder Skoda Partner, um diese Geschichte freischalten zu lassen. Wenn ihr das seht, habt ihr es schon mitgekauft. Damit wir hier in dem Moment überhaupt eine Kommunikation herstellen können. Das hier ist Wireless. Sprich kabellos. Habt ihr ein älteres Handy oder älteres Betriebssystem drauf, müsst ihr einmal dieses Handy mit USB-C und dieser USB-Schnittstelle per Kabel verbinden. Bei diesem Betriebssystem geht es schon Wireless. Und zwar müssen wir, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, einmal, ich nehme euch ja wie gesagt hier mal ein Screen auf, setzt euch den irgendwo in die Ecke, in die Einstellungen des Mobiltelefons, dann auf Verbindungen und Bluetooth. Da müssen wir einmal drauf. Warum müssen wir drauf? Ihr denkt ja eigentlich, es ist so freigeschaltet. Richtig. Aber dieses Handy ist von keinem anderen Gerät zu finden. Wenn wir jetzt auf Bluetooth noch einmal drücken, ist das jetzt sichtbar. Und erst jetzt kann man hier eine Koppelung herstellen. Er fragt mich hier zum Beispiel dieses VW 2434. Das ist dieses Gerät. Stimmt das Passwort? Koppeln? Ja, sicher. Ja, so, hier seht ihr jetzt, ja, nächste Meldung, alles gut. Ja. So, und hier fragt er mich jetzt, Android Auto nutzen? Wenn das bei euch nicht steht, dann liegt es daran, ihr müsst es einmal verbinden mit dem Kabel, dann habt ihr das nicht Wireless. Dann ist es ein etwas älteres Modell. Wir gehen natürlich auf Android Auto nutzen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier irgendwie eine Bestätigung erforderlich ist. Das Einrichtung auf dem Display fortsetzen, das machen wir hier. Zack. Jetzt können wir schon das ganze Gerät hier unten reinlegen und machen ab sofort nur noch diese Fernbedienung für dieses Handy. Ist jetzt für uns nur noch interessant. Wir können hier nachschauen, was haben wir denn alles für Möglichkeiten. WhatsApp zum Beispiel. WhatsApp, sage ich mal überlegen, zeige ich euch das? Ne, da mache ich ein separates Video rüber, wie die Funktion von WhatsApp über Android Auto funktioniert. Das Video setze ich euch mal oben in die Ecke. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, können jetzt hier navigieren. Zum Beispiel über Google Maps. Daten, mobile Daten werden komplett vom Handy übernommen, nicht vom Auto. Das ist, wie gesagt, das Auto nur eine Fernbedienung. Wir testen jetzt einfach mal die Maps-Geschichte. Wir müssen eh nach Köln, wollen dort zum Minigolf. Das finden wir eh nicht, weil wir manchmal ein bisschen dumm sind. Tja, dann kommen wir jetzt mal zur Navigation über Google Maps. Schauen wir einfach mal nach, wie das funktioniert. Wir sind hier in Köln auf der Severinstraße und wollen jetzt nach Köln-Ports zum Minigolf. Minigolf-Köln-Ports-Grof. Schauen wir mal. Alles klar. Minigolf-Anlage Freizeitinsel Grof auf der Marktstraße wird als Ziel gespeichert. Route wird geladen. Route geht durch Köln-Umweltzone. Ja, sieht gut aus. Einfach ist es. Jetzt können wir losfahren Richtung Minigolf. Ja, ihr habt gesehen. Wunderbar, das funktioniert wunderbar. Es ist die Navigation über euer Handy. Verdaut euch nicht, das ist nicht euer Auto. Ja, ich hatte ja schon gesagt, hier die Geschichte mit WhatsApp. Separates Video. Ihr könnt Nachrichten lesen. Es funktioniert. Ihr habt Zugriff auf euren Kalender. Smartfanks. Das ist interessant. Das funktioniert nicht, weil ich habe eine Samsung Waschmaschine und die könnte ich eigentlich mir in der Handy-App anschauen, wie weit die ist, wenn die am Spülen oder Schleudern ist. Das funktioniert hier nicht nur im stehenden Betrieb. Schade. So könnt ihr euch während der Fahrt mal gucken, wie weit meine Waschmaschine ist. Jo, das ist AppConnect über VW. Geht auch, wie gesagt, bei Seat und Skoda. Eine tolle Geschichte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, spätestens wenn ich euch hier was Neues zeigen konnte. Und Kanal abonnieren ist für euch ja kostenlos. Und noch einmal zur Info, das ist hier jetzt mit Android Auto gewesen. Apple CarPlay sollte eigentlich genau funktionieren. Ich weiß nur nicht, wie man da bei Bluetooth die Sichtbarkeit von einem Apple einschaltet. Apple ist für mich ein Produkt, das am Baum wächst. Ein Apple-Produkt als Tablet oder Handy ist für mich nur ein Schneidebrett. Jo, das war unser Video. Ich danke für jede gesehene Minute. Und ja, wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos. Ere bis zum nächsten. Vielen Dank.